Hallo meine kleinen Mini-Freunde, ich habe heute ganz viele, ganz besondere Special Guests mitgebracht und zwar ist es erstens Dylan, zweitens ist es Katze Wow, 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 sie mag das Wort Dylan nicht, oder Katze? Wow, Katze, alles gut ist alles gut, nein! Und außerdem haben wir auch noch Wummel mit, die heute zum Glück wenigstens mal nett ist. Wir fünf, ihr habt zwei Special Guests noch nicht gesehen, werden heute das womöglich peinlichste Video filmen, das ich je auf meinem Kanal gedreht habe. Und das will was heißen. Wir werden heute die Yoga Challenge machen, was ich schon immer machen wollte mit einem richtigen Menschen. Aber der Twist dabei ist, die Katzen und die Hunde und die Hühner und die Pferde werden auch mit dabei sein. Ah, Katze! Goddammit, what's wrong with you cats? Bei unserer Yoga Challenge gibt es den Twist, dass die Tiere an den Positionen mitwirken und deswegen würde ich sagen Dylan, let's go, lasst uns in Yoga-Klamotten werfen. Bitte mach keine Screenshots, bitte nicht. Okay, das wird unsere erste Position. Wir machen es so, du bist beim ersten Mal oben, weil du bist ein bisschen leichter. Ja, und Wummel geht dann auf deinen Arsch, wenn wir so weit kommen. Ich finde das hier schon am allerschwersten, weil das tut so weh in den Knie. Ja. Hab ich's? Nein. Wir sollten uns erstmal dehnen. Ja, warm machen. Ja, wie macht man uns warm? Ja. 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 Ja, ja, ist okay. Nimm meine Hände gleich. Warte, warte, nicht so, du brichst mir mein Genick. Du müsstest dafür normalerweise die Brücke können. Die kann ich aber. Aus dem Stand. Genau so geht das. Lass mit mir versuchen. Ich glaube, es ist einfacher. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, ey, ich glaube, du bist zu scheiße. Okay, warte, ruhig, 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 ruhig. Der Handstand kann nicht, so unsportlich bin ich nicht. Nee, nee. Das ist einfach so komisch. Echt, das fällt dir jetzt ein, nachdem wir die Outfits anhaben. Oh, so kriegen wir es hin. Nein, nein, auf die Füße, auf die Füße, auf die Füße, auf die Füße. Das ist gut so. Okay, ist gut so. Okay, runter, 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 runter. Die nächste Übung ist die, ich glaube, die wird schön. Du bist auf jeden Fall oben, sonst breche ich dir dein Knie. Das Huhn kommt auf meinen Kopf, Amy. maybe. Mies. Halt mich, halt mich. Wait, hold auf, wait, wait. Aber das geht, das geht. Wir müssen das Gleichgewicht halten. Ja, du rutschst, du rutschst, du rutschst. Okay, Mama, jetzt. Schnell, Mama. Mama, du musst das jetzt mal durchziehen. Bist du, ich hab da das Huhn drauf gehabt? Ne Mama, es muss auch mal gehalten werden Wann mal schnell! Ne, warte, runter! Ich bin safe, ich auch? Seht es drauf? Ja! Runter, runter! Oh, mein Kopf, mein Kopf, mein Kopf! Kratzeralarm! SOS Kratzeralarm! Raus doch, pass gut auf! Hier machen wir es einfach so. Der eine steht sich an die Seite und der andere macht das obendrauf Obendrauf! Das ist beides dämlich! Okay, machen wir, oder? Ja! Ist so gut? Ja! Wow, wir haben es! Was haben wir alle mit Yoga? Ist doch einfach! Okay, das hier wird jetzt wenigstens eins sein, was wir hinkriegen Das sagst du jetzt wieder und dann wird es gar nicht funktionieren! Klar! Okay, und dann, guck dann! Weißt du, was geht? Ja! Und wir haben es, oder? Ja, ich glaub schon! Okay, das ist geil! Emi, sieht schön aus! Schreckst du deinen Rücken auch richtig durch? Ja! Okay, okay! Huhn runter, Huhn runter! Huhn runter! Das war doch schön, oder? Ja, wunderbar! So müssten die immer sein! Wow, das wird richtig... Das wird super einfach! Ich bin auch der, der sich hinten unten verkrümmt so hässlich! Das ist wirklich einfach! Ich glaub, das wird kein Problem! Das sagst du mir jedes Mal! Au! Provozier das nicht immer so! Jetzt gib mir deine Arme auch erst mal! Ah! 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 Ohohohohoho! Oh, mein Knöschel! Okay, gib mir deine Arme! Ja! Oh, das ist sogar irgendwie bequem jetzt so, ne? Du musst durchstrecken! Oh, f***! Ich kann aber nicht! Ah! Oh, das tut so weh! Das tut so weh im Arsch! Gibt's nicht auch schöne Yoga-Übungen? Nee! Das ist eine Scheiß-Übung! Die tut weh wie Scheiße! Und ich hab meinen Fuß in deinem Arsch! Arme! Wummel nicht gehen! Wummel bleiben! Nicht gehen! Oh! Oh! Ich weiß gar nicht, was mir genau weh tut! Mir tut einfach mein gesamter Körper weh! Oh, das ist Scheiße! Oh! Oh! Okay, guck mal! Jetzt sitze ich auf deinen Füßen drauf! Und ich hab dabei wummel in der Hand! Easy! Ich setze mich jetzt drauf! Warte! Oh! 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 Voll schön idyllisch! Was ist jetzt idyllisch hier?! Wir müssen über Übungen abbilden! 1, 2, 3! So plötzlich funktioniert das nicht! Wie denn sonst?! 1, 2, 3! Okay! Und los! Schnell, schnell, schnell. Lass nochmal mit dir oben machen. Okay. Guck schon in die Kamera. Yoga Profi. Mir ist so verdammt warm gerade. Ich habe gerade aus Versehen mit meinen Waden deine Arme berührt. Das war voll ekelhaft, weil es so warm war. Okay, das ist das nächste. Ich glaube, das wird uns wieder das Genick brechen. Das was? Ja. Du denkst doch nicht wirklich, dass wir es schaffen. Wir haben uns jetzt entschieden, dass das Huhn auf Dylans Kopf kommt und Wummel lassen wir weg, weil sonst wäre das Huhn danach eventuell Abendessen. Okay, das ist easy. Das kann ich voll aushalten. Ich hab dich. Ich hab dich. Okay, loslassen. Bitteschön. Wir haben, wir haben, wir haben. Oh, das war voll einfach. Das war voll einfach. Okay, ich geh hoch und das Huhn setzen wir dann drauf, wie auf so eine Hühnerstange. auf das Bein. Genauso war das doch früher. Genauso. Du bist wie so ein Dinosaur. Warum tut deine Rücken so weh? Ich kann nicht hoch. Au, 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 au. Au, 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 au. Du hättest mir grad fast die Schulter ausgekugelt. Okay, ich hab's. Bleib stabil. Schnell. Spannung halt. Nein. Okay. Ich hab's. Leute, ich war noch nie in meinem Leben nach einem Video so fertig wie nach diesem. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir auf jeden Fall einen fetten, fetten Daumen nach oben, denn ich glaube, das wird eines der lustigsten Videos, die wir hier gedreht haben. Und die feinlichsten. Vergesst auf jeden Fall nicht bei Dylan auf dem Kanal vorbeizugucken, denn da haben wir auch ein Video gedreht und abonniert ihn endlich mal. Der Boy hat's verdient. Danke. Link zum Video findet ihr unten in der Beschreibung oder wenn ihr jetzt hier irgendwo drauf klickt. Vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt und dann würde ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder.